Hi, hier ist Sven Even, der Kapitän der Mare Frisium, gerade live von der Mare Frisium auf einem Tagesturn zur 125. Kieler Woche. Wir fahren hier gerade die Kieler Förde raus bei allerbesten Bedingungen. Sonnenschein, es ist Wind da, es ist eine gute Stimmung da, alles was das Seglerherz begehrt. Ich bin sehr zufrieden gerade dieses Jahr. Wir haben gestern unseren ersten wundervollen Einstand hier auf der Kieler Förde gehabt mit traumhaftem Wetter beim ersten Turn. Wundervoll mit Ostwind hier raus gesegelt. Die Stimmung ist super. Viele Kollegen sind unterwegs. Wir können viel Segel setzen. Das, was wir gerne allgemein tun mit diesen Schiffen auf der Förde, herumkreuzen und tatsächlich mal eine Runde spielen gehen auf der Kieler Förde bei diesen Bedingungen. Traumhaft. Moin, wir sind hier auf dem wunderschönen Segelschiff und freuen uns, dass der Wind weht und alle Leute lachen, dass sie nicht über Bord gehen bei dem herrlichen Schräglagen. Wunderbar, mir macht Spaß.